Ja, seid gegrüßt. Nachdem uns Dara zu blöd bzw. redundant geworden ist, reagieren wir nun auf Neitern. Neitern versucht auch, das BSW auf die wirklich dümmstmöglichste Art und Weise zu diskreditieren. Mir hat das ein Zuschauer zugeschickt. Und allein die Aussagen, die paar Sekunden, die wir eben gerade hier schon im Stream gesehen hatten, die waren so blöd, dass wir sie mal gemeinsam analysieren wollen. Sella, was würdest du sagen, was erwartest du von Neitern? Meinst du, es wird besser oder schlimmer als bei Dara? Ja, ist eine gute Frage. Bei Dara fand ich ja komplett lost. Er ist ja gar nicht inhaltlich überhaupt drauf eingegangen, warum jetzt Sarah Wagenknecht neoliberal sein soll. Tja, bei Neitern erwarte ich eigentlich, weiß ich nicht, ähnliche Argumentationsmuster. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Also, ich will jetzt hier nicht irgendwie bad faith rangehen. Nein, nein, wir sind auf keinen Fall bad faith bei Leuten, die uns als rechtsradikal beleidigen. Dann gehen wir voll nicht voreingenommen ran. Ich versuche mittlerweile den Weg damit. Ich versuche... Du bist rechtsextrem, Sella. Du gehörst zu den konservativen Linken und die sind rechtsextrem laut Neitern. Ich glaube, du hast den Vortrag verpasst. Ja, dann ist das so. Ich bin gespannt, was er sagt. Wie die armen Menschen geboren sind, ob ich mich um die kümmere oder nicht. Das ist ja schon mal per se nicht links, sondern das ist ja schon mal per se rassistisch. Und dann ist es sogar so in der Realität, dass wir ja Zuwanderung dringend benötigen. Zuwanderung sind wir dringend, dringend, dringend drauf angewiesen. Das heißt, ohne Zuwanderung wird in Deutschland nun mal das Problem entstehen, dass wir einfach zu wenig Wirtschaftswachstum haben. Also wir werden eine noch verschärftere Wirtschaftskrise bekommen. Wir werden Steuereinnahmen verlieren, weil weniger Menschen da sind, die am Wirtschaftssystem teilnehmen. Wir werden die Lage für Menschen in der Pflege drastisch verschlechtern. Auch das sind auch viele arme Menschen, die darauf angewiesen sind. Das stimmt einfach nicht. Wir haben in Deutschland genug gut ausgebildete, ich habe schon darauf gewartet, dass das mit der Pflege kommt. Wir haben in Deutschland genug ausgebildete Pflegekräfte. Wir hätten in dem Pflegesektor 300.000 bis 500.000 Vollzeitstellen mehr, wenn dort höhere Löhne gezahlt würden und die Arbeitsbedingungen besser waren. Also das ist eine Studie, die habe ich mal zusammen mit MMT, mit Jan in einem Wirtschaftstalk zum Fachkräftemangel vorgestellt. Wir haben die Fachkräfte. Sie wollen nur nicht im Pflegesektor arbeiten, vor allem, weil die Arbeitsbedingungen dort so schlecht sind. Oh, das muss ich mir unbedingt mal aufschreiben. MMT, mit Jan, das suche ich mir gleich mal raus. Das gucke ich auch aktuell gerne wieder ab und zu. Ja, und ich würde auch halt gerne mal wirklich, also es wird ja generell von diesem Fachmacht, das ist ja dasselbe, was der ÖAR, was du überall hörst. Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Ich würde das gerne mal irgendwo an irgendeiner Hand von irgendeiner Statistik oder irgendwie mal belegt haben. Es wird immer nur behauptet, aber es wird halt, es ist wahrscheinlich schwer festzustellen, aber wenn man irgendwas behauptet, auf irgendwas muss doch diese Argumentation fußen. Auf irgendwas, wenn man eine Behauptung aufstellt, muss es ja auf irgendwas fußen. Und ja, ich weiß nicht, erkennst du da irgendwas? Ich will gar nicht bestreiten, dass es in einigen Bereichen einen Fachkräftemangel gibt. Also beispielsweise im Handwerk, wenn du eine Handwerkerleistung willst, da sind die Preise ja schon deutlich gestiegen. Das wird dazu führen, dass langfristig da die Löhne steigen und das attraktiver wird, das dauert aber nun mal. Also das will ich gar nicht bestreiten, dass es da in einigen Bereichen einen Fachkräftemangel gibt. Nee, eh nicht. Aber die Frage ist doch, gibt es makroökonomisch so einen Mangel? Also wenn es in einem konkreten Bereich einen Mangel gibt, dann muss da der Preis steigen, dann müssen da die Löhne steigen und dann werden da mehr Leute hingelockt. Da müssen sich da die Arbeitsbedingungen verbessern. Also jetzt bei den Lokführern, da hat man Mangel und da hat man gesagt, so, wir verbessern die Arbeitsbedingungen, wir machen eine Viertagewoche, wir steigern die Löhne und dadurch wird der Lokführerberuf langfristig attraktiver, wodurch mehr Leute in diesen Sektor kommen werden. Beispielsweise. Also wenn du einen Fachkräftemangel hast, dann musst du für bessere Arbeitsbedingungen, für höhere Löhne sorgen. Das ist eine relative Verschiebung. Solange wir insgesamt nur genug Arbeitskräfte haben, geht das auch. Und da gibt es sehr gute, also was heißt sehr gute Zahlen, da gibt es sogar relativ schlechte Zahlen. Also die Arbeitslosenzahlen, die werden ja in allen Ecken und Enden schön gerechnet. Also offiziell gibt es rund zweieinhalb Millionen Arbeitslose. Ihr könnt, wenn ihr Unterbeschäftigung mitrechnet, wenn ihr Leute mitrechnet, die arbeiten wollten, aber keinen Arbeitsplatz finden, beziehungsweise aus anderen Gründen nicht in die Statistik kommen. Also wenn ihr all das mitrechnet, könnt ihr euch auf mindestens das Doppelte an Arbeitslosen einstellen. Also damit könnt ihr ungefähr, also wie gesagt, ist jetzt auch nur ein Überschlag, haben wir auch in unserem Wirtschaftstalk erklärt. Schaut da gerne nochmal vorbei. Ja, also jetzt war, das ist jetzt ein bisschen anekdotische Evidenz, aber ich kann bestätigen, ich komme ja auch, ich habe ja ursprünglich auch einen Handwerksberuf gelernt und ich kann auch da bestätigen einfach, dass die Bedingungen einfach vor allem im Osten einfach schlecht sind, dass du sehr unterbezahlt bist, besonders in der Ausbildung. Und später ist das ja nicht anders. Und Handwerk wird ja dringend gesucht, ich habe das ja schon so oft gesagt. Und ja, gerade da sind die Bedingungen sowohl betrieblich als auch von den Löhnen einfach unterirdisch teilweise. Das ist ja auch sehr gut. Kommt jetzt natürlich wahrscheinlich auch auf den Beruf an, aber also so, was ich, wie gesagt, erlebe oder gesehen habe oder gehört habe oder ja auch selber, wie gesagt, erlebt habe, da ist Land unter, sage ich mal. Da ist kein Wunder, dass die Leute keinen finden. Obwohl theoretisch das Personal da wäre. Aber es ist einfach nicht attraktiv genug für die Leute. Was ich da aus dem privaten Umfeld gehört habe, war, dass die Leute eher in die Industrie gehen und dann am Band arbeiten als ungelernte Kräfte, als das in der Ausbildung machen, weil da die Löhne einfach besser sind. Also, wenn du einen Mangel hast, dann müssen die Löhne steigen. Ganz einfach. Ja. Das sind mehr als heute. Ja, die nutzt letztlich nur dem Kapital. Und hier zeigt Nathan mal wieder, auf wessen Seite er steht. Ja. Dass da jemand kommt und ihn den Arsch abputzt und so. Und wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir sozusagen einfach unsere Gesellschaft vergreisen lassen, ohne Zuwanderung, dann wird das der demografische Wandel, unsere Wirtschaft. Ich, okay, ist schon wieder der nächste blöde Punkt. Ich verrate Nathan jetzt mal etwas, das, das wird ihn schockieren, aber Zuwanderer werden auch älter. Das bedeutet, wenn wir jetzt Zuwanderer hier reinlassen, die keine höhere Geburtenrate haben als die Deutschen, dann werden diese Zuwanderer nach 30, 40 Jahren auch im Renteneintrittsalter sein und dann haben wir eine genauso viel greiste Gesellschaft, eine vielleicht etwas größere Gesellschaft, logischerweise, wir haben dann ja mehr Menschen, als wir auch ohne Zuwanderer gehabt hätten. Das heißt, das kann das Problem allenfalls temporär lösen. Das heißt, Nathan plädiert hier für eine Zuwanderung jedes Jahr im hohen sechsstelligen Bereich, um den demografischen Wandel abzupuffern. Also was anderes kann er ja nicht mit der Forderung enden. Es müssten ja in jeder Generation immer neue Zuwanderer kommen, weil die Zuwanderer schlicht und ergreifend auch älter werden. Hm. Und da könnt ihr euch jetzt mal selbst fragen, ob ihr das wollt, beziehungsweise wo die Zuwanderer herkommen sollen. Also auch viele Schwellenländer, wo man noch Zuwanderer herholen könnte, die befinden sich mittlerweile von der Geburtenrate her unter des Replacement Levels. Also Türkei, Iran, Indien, wo man immer noch so Berichte von Überbevölkerung und so liest, alle eine Geburtenrate von nahe zwei Kindern pro Frau. Also das geht sehr viel schneller, als viele prognostiziert haben. Okay. Ja, besonders Indien. Warum sind die da nicht relativ hoch in der Geburtenrate? Geht auch runter, oder wie? Okay, das ist interessant. Nicht gedacht. Wirtschaft nun mal hart, 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 also wird es ohnehin hart treffen, aber noch viel härter treffen. Was passiert, wenn die Wirtschaft schrumpft, sieht man jetzt derzeitig. Wir hatten eine Wirtschaftsschrumpfung gehabt, letztes Jahr von minus 0,3 Prozent, also jetzt moderate Schrumpfung. Aber man sieht jetzt schon, dass ein Kulturkampf von rechts geführt wird, um den Sozialstaat abzuschaffen. Und zwar durch die Parteien hinweg. Ja, und wenn man jetzt noch Millionen Migranten ins Land holt, die erstmal unsere Sprache nicht können und dementsprechend erstmal mehr auf Sozialleistung angewiesen werden als Deutsche, dann wird das die Akzeptanz des Sozialstaates bestimmt steigern. Ja, das ist ein ziemlicher Widerspruch, ne? Also wirklich, also Neitern sieht doch, dass gerade Bestrebungen laufen, unseren Sozialstaat abzuschaffen, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Und jetzt sagt er, da werden wir jetzt noch ein paar Millionen Migranten ins Land holen, die erstmal logischerweise mehr von Sozialleistung leben als Deutsche. Wie gesagt, sie können die Sprache nicht, also das können die bestqualifiziertesten Leute der Welt sein. Die müssen erstmal ein paar Jahre, die brauchen erstmal ein paar Jahre, um sich zu integrieren. Und dementsprechend wird das die Akzeptanz des Sozialstaates eher noch verringern. Und das weiß Neitern auch. Das Argument hat ihm Prototopia ja auch zigfach schon um die Ohren gehauen und er hat es immer ignoriert. Und ich glaube, Unsoziale Marktwirtschaft, schönen Gruß an der Stelle, der hat ja auch mal eine, müssen wir ihn vielleicht mal fragen demnächst. Der hat auch nur so eine Umfrage, äh Quatsch, so eine Umfrage, so eine Statistik gefunden, dass es halt ein bisschen Jahre dauert, bis die Leute integriert sind und hier voll dran arbeiten. Also du hast ja erstmal sowieso neun Monate, ne, glaube ich, wo du ein Arbeitsverbot hast quasi. Während das, also ich weiß es nicht. Also es kommt ja oft darauf an, wie du arbeiten hast. Genau, genau. Und, äh, aber, äh, ja, je länger du halt im Land bist, desto besser, äh, integrierst du dich halt. Wie gesagt, müssen wir ihn nochmal fragen. Aber grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass die Leute, die herkommen, wie du schon sagst, erstmal die Sprache lernen müssen, erstmal, äh, vielleicht Integrationskurse, ne, Sprachkurse machen. Das ist ja alles erstmal, äh, das musst du ja erstmal alles stemmen können, auch in der, an der Anzahl, ne. Und, ähm, wir sehen ja, dass es nicht so wirklich funktioniert aktuell, in diesem Ausmaß, wie man es gern hätte. Ja, dementsprechend, wie du schon sagst, je mehr jetzt kommen, desto schwieriger wird das ja erstmal, die alle zu integrieren, sag ich mal. Da brauchst du ja auch wieder Leute für, wiederum, die das machen, ne. Da gibt es ja auch schon Leute, die fehlen einfach. Und das ist ja einfach ein Kreislauf, der dann, ja, die Probleme nur verschlimmert, sag ich mal, aus meiner Sicht. Ich jetzt mal behaupten. So, den, dem Sozialstaat, den BürgergeldempfängerInnen, den, äh, denen wird jetzt die Schuld dafür gegeben, dass die Wirtschaftslage so desolat ist, weil die ja nicht arbeiten möchten und weil die ja so viel Geld für ihre Sozialleistungen bekommen. Das heißt, für arme Menschen ist eine lahmende Wirtschaft katastrophal. Bedeutet, wenn Sarah Wagenknecht durch ihre Zuwanderungspolitik die Wirtschaft zerkloppt, dann wird das auch deutschen armen Menschen schwer auf die Füße fallen. Ich hab dir mal was geschickt, was ich meinte. Weiß nicht, ob du das, ob du das jetzt oder später, kannst du dir auf jeden Fall mal angucken, äh, ist halt, ähm, gibt halt neue Daten da. Warte, ich, äh, seh's gerade im Chat nicht, ich muss glaube ich, ah, ja, jetzt seh ich's. Ähm, ZDF heute, das ist ein Bericht. Äh, meinst du die Grafik hier? Achso, ähm. Also es ist ein Artikel, also es ist ein Artikel, ähm, wo das halt so ein bisschen beschrieben wird, äh, wie lange halt Leute durchschnittlich brauchen, um quasi einen Job zu finden und sich zu integrieren und, äh, alles sowas. Ist einfach nur ein Artikel. Weiß nicht, ob da eine Statistik bei ist, glaube ich nicht. Ja, ja, vor allem du kannst, äh, geflüchtet, äh, so Menschen aus dem arabischen Raum vor allem nicht so einfach mit deutschen Arbeitnehmern vergleichen, jedenfalls Frauen nicht. Äh, da die Erwerbsfähigkeit unter Frauen wesentlich geringer war, schon, äh, bevor sie geflügt sind. Genau. Und unten ist auch eine Grafik, die dann zeigt, dass, ähm, dass sie natürlich auch erstmal oft in Jobs arbeiten, in einem, da ist eine Statistik ganz unten, oder fast ganz unten, äh, die zeigt, dass halt die Leute meistens im Niedriglohnsektor anfangen. Und dann sich langsam aber mit steigenden Jahren, die sie hier sind, dann auch erhöht. Musst du mal gucken. Ja, immer nur ganz knapp über, äh, Mindestlohn. Genau da, ja. Ja. Anfangs haben gar keinen Job. Genau, und dann unten ist weiter nochmal eine Grafik. Genau, genau. Mhm. Kein Job und spät, und ganz unten ist dann so eine Grafik, die Löhne erstmals über Niedriglohn und dann siehst du das. Genau da. Ja, das heißt, Geflüchtete drücken zuerst die Löhne im Niedriglohnsektor. Also, das muss man ganz klar so sagen. Das bestätigt ja, dass Ökon... Also, interessanter Bericht. Äh, danke, dass du mir die geschickt hast. Ähm, das ist... Gerne, gerne. Das bestätigt das, was wir vorhin gesagt haben. Zuwanderung. Vor allem Zuwanderung aus Ländern, wo sich die Menschen erstmal integrieren müssen, wo sie ohnehin erstmal schlecht bezahlte Löhne finden, die drücken. Vor allem besonders stark die niedrigen Löhne. Das haben wir vorhin schon gesagt und das bestätigt sich hierdurch mehr oder weniger. Ja. Warte, jetzt... Neitern hatte ich hier vorne offen. So, ich glaube, damit haben wir das Zuwanderungsthema auch abgeschlossen. Ich glaube, wir springen gleich zum nächsten Teil der Playlist. Ist ja eh nicht so dein Lieblingsthema, ne? Auch das spielt in Ordnung. Ja, also, ich hab mich dazu ja ein bisschen informiert und da haben die Rechten schon einige Punkte. Das muss man ja sagen. Das ist ja nicht so einfach, dass es keine Auswirkungen auf die Gesellschaft hätte, wie Nathan gerade gesagt hat, und mehr Zuwanderer, einfach mehr Wirtschaftswachstum. Und alles ist gut, sind ja nur mehr Menschen und die Gesellschaft verändert sich dadurch nicht groß. Nee. Also, das Deutschland von heute, das sieht schon auch dank Zuwanderung deutlich anders aus als das Deutschland von 1960. Also, das sollte man jetzt, glaube ich, nicht leugnen. Und diese neoliberale Idee, dass jeder in dem Land leben sollte, wo ihn das Kapital gerade am dringendsten braucht, dass das Druck auf die Löhne ausübt, das ist ja auch evident. Es sorgt dafür, dass der Arbeitsmarkt besser funktioniert. Und besser funktionierender Markt heißt niedrigere Preise, heißt also beim Arbeitsmarkt niedrigere Löhne. Es ist ja einfach so. Mhm. Ja. Wow. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn Sie irgendwann mal aus einer Laune der Mitglieder abgewählt werden, ist es natürlich doof, wenn der Name an der Spitze steht. Ja gut, wir sind eine demokratische Partei und theoretisch natürlich könnte ich... Parteinamen, darüber reden wir, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, nicht sonderlich sinnvoll. Also, diese Diskussionen interessieren nur Leute in der Berliner Hauptstadtblase. Man hat den Namen gewählt, weil alle Sarah Wagenknecht kennen. Wenn man die Partei jetzt Bündnis Vernunft und Gerechtigkeit oder so genannt hätte oder Bündnis Sozialdemokraten oder sonst irgendwas, dann würde das keiner auf dem Wahlzettel finden, der sich nicht viel mit Politik beschäftigt. Das ist eigentlich leicht zu verstehen. Ja, also, es ist gar nicht so schlecht, dass man... Es ist jetzt natürlich, es wird dann gesagt, ja, Personenkult, Personenkult, aber es ist doch erstmal eine gute Sache, dass der Name erstmal... Man kann die Partei ja, glaube ich, immer noch später umbenennen. Also, das ist ja nicht das Ding. Wenn jetzt genug Leute, sag ich mal, genug Anhänger da sind. Aber strategisch ist das ja erstmal gut. Ich meine, guck mal auch, wie viele Leute Sarah Wagenknecht alleine auf ihrem YouTube-Kanal erreicht. Das geht auch langsam auf die eine Million zu. Also, ich glaube, kein Politiker hat so viele Abonnenten auf YouTube zum Beispiel. Und da ist es natürlich erstmal gut, wenn man sich erstmal so nennt, dass man halt erstmal überhaupt einen Fuß fassen kann. Und dann kann man immer noch später überlegen, ob man die nahen Mädel umbinden... Aber das ist jetzt ja eh kein großartiges Thema. Von ihrem Recht auf körperliche Selbstbestimmung Gebrauch machen, fliegen aus dem gesellschaftlichen Leben raus. 2G wird flächendeckend eingeführt. Das heißt, schon damit hat sie sich völlig diskreditiert. Okay, also hier ist jetzt ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung auf jeden Fall etwas, wenn man da dagegen ist, dann hat man sich vollständig diskreditiert. Während ja jeder, der sich nicht impfen wollte, nicht gezwungen war, sich impfen zu lassen. Aber bei einem Selbstbestimmungsgesetz ist es dann natürlich wieder eine grüne... Oh Gott, bevor wir das jetzt vermischen... Ja, aber da hat er deutlich auf den Punkt. Wenn du ein halbes Jahr aus allen gesellschaftlichen Aktivitäten ausgesperrt wirst, dann ist das doch ein impliziter Zwang. Also da wäre es ehrlicher gewesen, wenn man eine richtige Impfpflicht gemacht hätte. Und die Menschen wirklich... Ja. Das ist ja de facto eine Impfpflicht. Man hat das nur nicht so genannt. Da bin ich auch dabei. Da bin ich auch dabei, korrekt. Aber das sind ja dieselben Rechten, die jetzt Leuten verbieten wollen, über ihren Körper zu entscheiden. Ne, du kannst ja über deinen Körper entscheiden. Die damals, die gesagt haben, keine Impfpflicht... Naja, die wollen ja teilweise ein Abtreibungsverbot haben. So, nee, darum geht es gerade gar nicht. Es ging gerade um das Selbstbestimmungsgesetz. Ging es nicht gerade um das Abtreibungsgesetz? Abtreibung? Nee, was Naitan gerade angesprochen hat. Also es ging um die Impfpflicht. Ach, er meinte das... Ach, er meinte direkt das... Abtreibung ist nochmal ein anderes Thema. Da hatte ich mitbekommen, dass das einige Rechte jetzt versucht haben aufzumachen. Da sollten wir gar nicht drauf eingehen. Da sollten wir einfach sagen, wir haben da eine gute Regelung gefunden. Lass das so. Also da hatten... Jahrzehntelang hatte da keiner ein Problem mit, warum jetzt daran rütteln. Es ist genauso beim Selbstbestimmungsgesetz. Auch da, wir hatten ja ein transsexuellen Gesetz. Hätte man im Detail ja korrigieren können. Da gab es ja durchaus Kritik dran. Da bin ich jetzt im Detail gar nicht so drin. Aber dass die Grünen dann ihr Parteiprogramm da ins Gesetz schreiben und doch mit weitgehenden Folgen. Also, nee. Also ich wurde ja jetzt schon mehrmals von einem... Den kenne ich aus einem anderen Hintergrund, sag ich mal, jetzt einfach schon über längere Zeit. Und der hatte jetzt auch darüber genörgelt, weil er jetzt wegen dem Selbstbestimmungsgesetz und dass Sarah Wagenknecht halt transfeindlich ist und sowas. Ja, hat er mich halt jetzt mehrmals schon deswegen quasi angehauen, so kritisiert. Ja, auch jetzt im Zuge des Arbeiterstolzmonats hat er da ein bisschen so rumgenörgelt, sag ich mal. Was hat er denn gesagt? Da müsste ich jetzt nochmal die gucken. Ich such's raus, kannst ja gerne mal weitermachen. Moment. Ich schick dir, ich glaub, das ist... Eine Lifestyle-linke Zwangsgeschichte, ne? Also, wenn trans Menschen selbstbestimmt handeln dürfen und das gesetzlich festgeschrieben wird, dann ist das natürlich schlimm, schlimm, schlimm. Wenn Leute sich nicht impfen lassen wollen, dann ist das natürlich gut. Ja, aber da, das stimmt ja schon, also, je nachdem, was er jetzt meint. Wenn er jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt mit körperlichen Eingriff meint bei trans Menschen oder so, ne? Ähm, dann hat er ja da durchaus einen Punkt, das können sie ja machen. Also, das sollte ja auch erlaubt sein, ob es jetzt nun ihnen gut schadet oder nicht. Aber erstmal hast du ja ein Recht auf deine körperliche Selbstbestimmung. Und da hat er durchaus einen Punkt, finde ich. Das hat halt nicht ganz Unrecht. Ja, ähm, Talk mit J. Riddle, weil ich im Chat schon gefragt wurde, ich jetzt wahrscheinlich ihren Titel schreiben soll, ab 18 Uhr. Also, wenn ihr den Talk mit J. Riddle hören wolltet, dann schaut in einer halben Stunde nochmal vorbei. Solange müsst ihr mich noch ertragen oder geht halt woanders. Oder guckt ihr gerne weiter. Ja, ich hol mir dann auch, also, wir reagieren dann jetzt nochmal ein bisschen und dann hol ich mir nachher noch einen Kaffee und dann fangen wir, also dann rocken wir danach. Das habe ich heute ganz ruhig gemacht. Ja. Und dann ist das Selbstbestimmung. Ja, sicher. Safe call. Ja, so. Und dann kommen die ganzen grünen Marotten, Heizungsgesetz, die ganze unsägliche Politik gegenüber unserem Mittelstand und die FDP trägt alles mit. Und wird die FDP für sie? Die trägt das mit. Die FDP setzt das durch. Die tut so, als würde das, die Grünen würden das machen oder was. So, die FDP hat auch das Heizungsgesetz, was ja ursprünglich mal wirklich ein sehr soziales Gesetz auch gewesen ist, ne? Weil es da eben auch um die Berücksichtigung von Einkommen und so weiter ging, hat die FDP das grundlegend geändert. Und hat das jetzt zu einem verwaschenen Gesetz gemacht, was vor allen Dingen auch wieder reichen Menschen nutzt, ne? Aber, äh, letzten Endes gut, die, 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 die Subventionen sind immer noch drin, von daher hilft es auch immer noch den, den Menschen mit geringem Einkommen, aber eben nicht mehr so, wie es ursprünglich von Robert Habeck gedacht gewesen ist. So, und, und, und Sarah Wagenknecht möchte ja, dass, dass die, den armen Menschen überhaupt nicht geholfen wird, also. Möchte, dass niemand seine Heizungszwangs ausbauen muss? Oh Gott, ey, ich spule mal wieder vor. Also Heizungsgesetz, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Also, ne, dann kommt er mit irgendwelchen Strommännern, also wirklich. Wir hatten das ja eben schon angeschnitten, ne? Das ist schon so ein bisschen, dass das, äh, ja, das verstehe ich da, aber du kannst doch nicht auf der einen Seite sagen, äh, blinke Politik, äh, und wir sind hier für die, für die Armen und die Benachteiligten und dann findest du so ein Heizungsgesetz geil. Wo die Leute, ich verstehe es nicht, ehrlich. Also, ich meine, wir sind immer noch die drittstärkste Industrienation auf diesem Planeten, das irgendwie als Schlusslicht zu bezeichnen, ist schon, also, da muss man sich schon mit dem ganz fetten Brett vor den Kopf hauen, ne? Gott, jetzt geht's ums Wirtschaft, also, ich hör nur ein paar Sekunden, es geht ums Wirtschaftswachstum. Was hat denn das Wirtschaft, was, was hat denn das jetzt mit der, also, was hat die Wirtschaft jetzt damit zu tun, dass, äh, nein, nein, Sella, Sella, ich kann dir, ich kann dir das Problem ganz einfach erklären. Dann, Nathan verwechselt das Wachstum, also, die Steigerung des Niveaus mit dem absoluten Niveau. Und deswegen versucht er, daraus Wagenknecht jetzt einen Strick zu drehen. Also, ich hab gar nicht mal den Kontext gehört, ich weiß, dass es darum geht und ich weiß, was Nathan hier nicht verstanden hat. Es ist wirklich, ich sag ja, er verhält sich, wenn er auf uns reagiert, wie jemand, der geisteskrank ist. Und, äh, ich fand, ich hatte's ja eben schon gesagt, wenn er beispielsweise mit einem Morph-Rede spricht, dann kann er sich plötzlich wie ein normaldenkender Mensch ausdrücken. Es ist wirklich unglaublich, also, das macht er ja nur gegenüber unserer Bubble. Und gegenüber den Rechten, also, Outlaw, den hat er ja als Faschisten und alles bezeichnet, also, da schaltet er ja das Gehirn komplett aus und zeigt einfach nur den Stimmfinger. Ich meine, selbst Bartonek hat ja mit ihm geredet, Outlaw hat jetzt auch geredet und, ähm, die sind eigentlich ziemlich gut auseinandergegangen nach dem Gespräch. Also, sorry, also, bei Outlaw, den kannst du jetzt halt, äh, wieder diese Kontakt, ja, der hat mal geredet. Das war auch so ein Verhören, dieses Gespräch. Hm, ja, das war jetzt nicht, ja, das ist... Aber ich sag mal so, es hat sich ja, hat er positiv geendet, genau. Ja, Nathan hätte wahrscheinlich zum Schluss das Thema angeschnitten und wäre dann, ähm, rausgegangen. Denn Outlaw, das wäre wahrscheinlich auch ein ganz böser Transfeind für ihn, nehme ich mal ganz stark an. Also, es gibt wirklich so einige Themen, da kannst du diese Leute mit, äh, völlig auf die Palme bringen und jedes vernünftige Nachdenken, jedes vernünftige Diskutieren, äh, komplett ausschalten. Und, ja, das schafft, äh, das funktioniert erstaunlich gut, egal, mit wem von denen du redest. Ach je. Also, ich hab gar keine Ahnung, gar keine Ahnung von so Klöstern und... ...treib ich einfach mal ins Gegenteil um und hinterher hat man's öffentlich verkündet. Das erschüttert natürlich das Vertrauen in das Funktionieren... Oh, na? Ihr 99, äh, wundertollen Menschen, die von Bunny rübergekommen sind. Äh, Stolzmonat, ne? Machen wir ja. Als Gegenteil, das, äh, zu verkaufen, worauf man stolz sein sollte, ne? Ja. Machen wir jetzt Kommunismus-Stolzmonat. Gott. Hm. Und Nathan beleidigt immer direkt, ja. Das ist auch, äh, ein, einer der Kern-Selling-Points des Kommunismus-Stolzmonats, das wir immer direkt beleidigen, ne? Also, die Konserven vom Arbeiter-Stolzmonat, die sagen, auf gar keinen Fall beleidigen. Wir vom Kommunismus-Stolzmonat sagen, wir sollten, wir sollten alles und jeden, bei jeder Gelegenheit, möglichst stark beleidigen. Äh, danke nochmal für was, dann war ich super lieb. Ach, äh, super gerne, so. Ja, an dieser Stelle leider auch einen schönen Arbeiter-Stolzmonat. Ich meine, wenn man es nötig hat, kann man das ja machen, so, oder? Ja, ich hab ihm ein Gespräch angeboten, das erste, was er gemacht hat, mich sofort beleidigt, also. Das scheint der Duktus in dieser Szene zu sein, wenn sie mit uns sprechen. Man hat uns als Feinde ausgemacht und entsprechend behandelt man uns. Obwohl wir denen nie was getan haben. Es ist ja nicht so, dass wir plötzlich gesagt haben, äh, diese Walkies sind ganz schlimm, sollen. Ähm, ja. Ja. Nee, nee, hast recht. Vielleicht, ich hab ja eben gesagt, guck mal, ich versuch das, du kannst das ja bestätigen, dass ich immer wieder versuche, so ein bisschen, auch wenn du das vielleicht ein bisschen anders siehst, immer so zu beschwichtigen, ne, aber, ja, im Endeffekt kriegt man es ja trotzdem um die Ohren gehauen, so, sag ich mal. Ja, da gibt es nichts zu beschwichtigen. Also, Erwin, ähm, das hat ja damit angefangen, dass Erwin sich für Frieden in der Ukraine ausgesprochen hat, also die normalste linke Forderung, wovor 2022 wahrscheinlich niemand was gesagt hatte, außer vielleicht die Antideutschen in der Linkspartei, und alle rasten aus und gehen auf ihn los. Also, obwohl Erwin die selbstverständlichsten Sachen gesagt hat. Äh, und das war auch für mich der Punkt, wo ich erkannt habe, okay, diese Walkisten, die sind nicht einfach nur nervig und haben vielleicht ein bisschen komische Vorstellungen, das sind offensichtlich unsere Feinde, jedenfalls verhalten sie sich so. Also, du beleidigst niemanden als Rechtsradikal, als Rechtspopulisten, als Verschwörungstheoretiker oder als sonst was, wenn du ihm freundlich gesonnen bist. Und, äh, das zeigt Neitern ja auch mit jeder seiner Aktionen. Also, ich hab letztens auch so einen anderen Walkisten gesehen, der Nemesis und mich in der Reaktion als transfeindliche Bastrate bezeichnet hat, obwohl es überhaupt nicht um dieses Transthema ging. Ich sag's ja, diese Leute haben so bestimmte Themen, das Transthema, das, äh, immer the current thing. Also, das, was gerade von den Eliten am meisten gepusht wird. Und da rasten sie dann mit einer quasi-religiösen Begeisterung aus, wenn das, ähm, irgendwie Thema wird, und verteidigen da ihre Position. Also, wie gesagt, das erinnert wirklich an Religionsstreitigkeiten aus dem Mittelalter, das Verhalten dieser Leute. Das hat wenig mit rationalem Denken, wenig mit Aufklärung zu tun. Bist du noch da? Sella, bist du jetzt weg? Oder bin ich jetzt weg? Was ist denn jetzt passiert? Sella scheint weg zu sein. Oh, nicht, dass der Stream noch... Bist du noch da? Sorry. Ah, dann war das mein Internet, was gerade weg war. Ist ja auch egal. Auf OBS wird es trotzdem aufgenommen. OBS ist ja so praktisch, dass es das trotzdem aufnimmt. Na, egal. Genau, ja. Wird der Stream sich neu laden, und dann, äh, ja, dann haben wir es auch. Ja. Ich würde sagen, wir reagieren einfach weiter. Ich war gerade in so einen Redeschwall gekommen. Wegen hatte ich gar nicht mehr bekommen, dass du weg warst. Und dann plötzlich gemerkt hast, dass du gar nichts mehr sagst. Ja, da ist der Outlaw auch. Gerade über ihn geredet. Da ist er schon. Ja, deswegen hatte ich das angesprochen. Der hatte zum Abtreibungsverbot das Gleiche geschrieben, was wir beide gesagt haben. Die Regelung, wie sie gerade ist, die ist gut. Aber die Walkies wollen die halt antasten. Und wenn man da so einen Kulturkampf draus macht, also, wer weiß, was da am Ende rauskommt. Und also, in den USA, da hatten wir es ja in manchen Bundesstaaten so, dass du so gut wie gar nicht mehr abtreiben darfst. Fast komplett verboten. Und in anderen bis zum neunten Monat. Also, das ist ja völlig absurd, solche Regelungen. Aber die kommen raus, wenn du so ein Thema politisierst. Das solltest du am besten nicht politisieren. Da solltest du versuchen, Kompromiss zu finden. Hm. Die meisten Leute wären dazu auch bereit. Also, das sind ja wirklich nur wenige Extremisten auf beiden Seiten. Ja, wir haben gerade wieder einen im Chat, der schreibt, Abtreibung ist Mord. Die da so eine komplette, absurde Extremposition haben, die dann moralisch begründet ist. Damit man über die realen Probleme gar nicht mehr reden muss. Deswegen mag ich diese Moralisierung der Politik nicht. Das lässt sich an solchen Kulturkämpfen am besten zeigen. Also, die einen, die stellen dann das Selbstbestimmungsrecht der Frau über alles. Und wenn das bis kurz vor der Geburt ist. Und die anderen dann das des Todes menschlichen Lebens. Und ja. Hat das auch noch so fantastisch für alle reale Konsequenzen. Ich meine, die Abtreibung findet ja trotzdem statt. Nur dann halt illegal. Ja, sowieso. Also, ich sag mal so, die werden Wege finden, abzutreiben. Also, ich glaube, da mangelt es nicht an Möglichkeiten. Aber ich finde es halt witzig, dass jetzt von rechter Seite so argumentiert wird. Weil gerade so ein Schlomo, der vor ein paar Jahren hat ja noch gesagt, ja, das sind nur Zellklumpen bis zu einem gewissen Monat. Und jetzt argumentiert er genau das Gegenteil. Jetzt steht er genau auf der anderen Seite plötzlich wieder. Und sagt, ja, Abtreibung ist scheiße. Weil, ne, immer wie es Current Thing auch auf der rechten, ist es bei der rechten Seite leider auch so. Auch wie es Current Thing gerade auf der rechten Seite ist. Oder wo, Hauptsache man ist dagegen. So kommt es mir vor. Ey, wir brauchen wirklich einfach so eine Partei wie die BSW, die einfach wirklich nur nach Vernunft geht. Und nicht nach irgendwelchen Ideologien oder, oder möglichst nicht ideologisch. Sagen wir es so. Also, jeder hat ja irgendwie die Ideologie. Aber, ach, das ist so, ich bin so genervt da einfach. Aber gut, wir sind jetzt hier bei dem lieben Neidhahn. Ich hoffe, da kommt nochmal irgendwie was jetzt, was, was inhaltlich ist. Was, jetzt, ich will keine Abtreibungsdebatte im Chat sehen, liebe Leute. Das war nur ein Beispiel für uns, das von, okay, das, ich weiß gar nicht, wer wir drauf gekommen sind, aber, wo wir diese Spaltung der Gesellschaft dran erklären wollten. Das war jetzt, ich habe mir extra ein Thema, was eigentlich in Deutschland gesellschaftlich geklärt war, was in den USA umstritten wurde, als Beispiel hergenommen. Also, das ist doch, nee, das war jetzt auch, keine, keine Wertung von mir. Ich sage, ich sage ja nur, nee, das war zum Chat, nicht zu dir gerade. Jaja, ich wollte es so sagen. Ich wollte es so sagen. Also, das ist jetzt nicht meine Meinung. Ich gebe ja nur die Meinung von jemand anderem wieder und wie hier, wie das ständig versucht wird, irgendwie, ja, zu drehen. Gleich einfach mal. Wir beleidigen die sogar, bevor die irgendwas sagen. Junge, Junge, Junge. Wenigstens von, von, von Fachkunde bei der Bundesregierung. Also, welche Rolle? Kenne mich nicht so aus, ist rechts und links nicht legitim, nur radikal sein doch nicht, ist doch kacke, oder? Nee. Weil, wenn du rechts bist, dann bedeutet das, dass du für, dass du für, dass du für Hierarchien bist, dass du für den Erhalt des Status Quo bist oder sogar für ein regressives Zurück zu einem alten Status Quo im Falle der AfD. Ja, vielleicht war der alte Status Quo in vielen Bereichen auch besser. Vielleicht ist es in dem Fall sogar links zu dem alten Status Quo hinzuwollen. Es gab früher beispielsweise mal einen Splitsensteuersatz von 90 Prozent. Es gab Vermögensabgaben von 50 Prozent. Das ist halt die Frage. In Deutschland der 60er Jahre beispielsweise. Genau, das wäre da, wäre ich auch dabei. 60er oder von mir aus 70er. Tja, da wäre ich auch dabei. Aber du, es gibt ja manche, also worauf er hier zumindest anspielt, ist ja, dass er, wir wissen beide, worauf er anspielt auf welcher Zeit. Das ist jetzt eigentlich auch wieder so eine Unterstellung, weiß ich nicht. Also, bin ich auch nicht mit D'accord, was er hier anspielt. Zwischen 33 und 45, wenn du, Ja, siehste, genau das. Wir hätten einfach nur zwei Sekunden warten müssen. Da kam endlich die Nazi-Anspielung. Ja. Wir haben sie da daran, ich bekomme jetzt, ich bekomme jetzt über einen Altan. Also, die haben kein anderes Thema, als den Gegner in die Nähe von Rechtsextremen oder Nazis zu rücken. Rechts bist, dann möchtest du keine Gleichberechtigung, dann möchtest du Machtgefälle und du möchtest auch und du möchtest auch im Kern gegen Diskriminierung tun. Außerdem bist du dafür, dass Arbeitnehmer in ihrer Knechtschaft bleiben und so weiter, während linke Ansätze nun mal eben inkludierend sind und bei linken Ansätzen es um Gleichstellung und Gleichberechtigung geht. Bei linken Ansätzen geht es darum, Hierarchien abzuschaffen, Unterdrückung abzuschaffen und in der linken Utopie, dass alle Menschen mit den gleichen Rechten ausgestattet sind, und gleichberechtigt in der Gesellschaft leben können, ohne dass der eine den anderen in irgendeiner Weise diskriminiert. Das ist nicht das Reiche. Nein. Wie haben Sie auch diese Geschichte erlebt? Die reiht sich ja eigentlich ein in eine ganze Folge von Fehlentscheidungen und im Wirtschaftsministerium, also das hatte man ja schon gemerkt, auch nicht nur bei diesen merkwürdigen Verflechtungen mit bestimmten Lobbyorganisationen, Stichwort Herr Reichen, sondern es war ja immer wieder. Es war keine Lobbyorganisation, das Problem am Reichen war, dass er Das wurde doch von Lee Harvey, diesem amerikanischen Milliardär, erfinanziert, dieses ganze Reichen-Netzwerk. Also da, egal, ich gehe da jetzt nicht noch genauer drauf ein. Googelt einfach mal Lee Harvey. Also das kann sich ja jeder selbst informieren. Oh, Trauzeuge war bei Harvey. Ja, das ist so ein reicher amerikanischer Milliardär, der so, der zahlreiche Leute aus dem Umfeld von Patrick Greichen unter Vertrag hatte. Also ich, der Name sagt mir was. Aber ich, so, das hat, Nee, das war jetzt nur Erwiderung darauf, weil Nathan gesagt hat, das sei keine Lobbyorganisation gewesen. Doch, das war ein ganzes Lobby-Netzwerk. Eigentlich wirklich objektiv gesehen ziemlich gute Arbeit gemacht. Und, äh, Ja, er hat beispielsweise zur energieintensiven Industrie gesagt, dann sollen sie doch gehen. Also, total gute Arbeit, die Energiepreise, die 2022 explodiert sind, 20 Prozent der energieintensiven Industrie weg, total gute Arbeit. Er war auch kein Lobbyist oder so ein Scheiß, was sie da jetzt versucht zu unterstellen. Und auch diese Aussagen im Cicero sind halt einfach gelogen. Da steht halt einfach drin, dass Habeck gesagt wurde, dass er den Atomausstieg nicht machen soll. Da steht aber, also letzten Endes geht es nur darum, dass einige Leute eben gesagt haben, ja, es gibt vielleicht auch Argumente dafür, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Und dann hat man das in Kommissionen und in Ausschüssen hat man das beraten, hat Argumente abgewägt, dafür das Ganze weiterlaufen zu lassen oder das Ganze nicht weiterlaufen zu lassen, so wie es nun mal im politischen Prozess passiert. Und dann hat man am Ende des Tages, hat Habeck selber gesagt, das Argument, wir haben keine Brennstäbe mehr und die Unternehmen selber, die die Kernkraftwerke betreiben, sagen, das ist kein lohnenswertes Geschäft mehr, wir möchten diese Kernkraftwerke bitte ausschalten. Gleichzeitig kriegen wir neue Brennstäbe höchstens von Putin und diese ganzen Argumente haben dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, dann lassen wir sie jetzt auslaufen, bis der letzte Brennstab verbraucht ist und dann schalten wir sie ab. Hier wird jetzt aus dem Umstand, dass es Argumente für das Weiterlaufen der Kernkraftwerke gegeben hat, gemacht, Robert Habeck hat sich über den Willen seines Ministeriums hinweggesetzt. Nein, es zeigt einfach nur, dass in seinem Ministerium verschiedene Meinungen miteinander verhandelt werden. Warum hat der Kanzler dann per Machtwort entschieden, dass die Kernkraftwerke bis Frühjahr 2023 weitergelaufen sind? Also, ohne jetzt so tief in diese Debatte einsteigen zu wollen. Also, der Kanzler hat doch offensichtlich diese Pro-Argumente gesehen und Robert Habeck nicht. Woran lag das nur? Beziehungsweise, was sagt das über Habeck aus? Dass er diese Argumente offensichtlich alle nicht hören wollte, die aus seinem Ministerium kamen. Aber gut, ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht so en Detail reingehen. Oder hast du da noch groß was zu zu sagen? Nö. Ich bin auch in der Thematik nicht so tief drin, aber ja, also. Deswegen, auf die letzten Minuten würde ich gerne über was Aktuelleres reden. Also, die Kernkraftwerke sind jetzt abgestellt und das ist eine Debatte über Vergangenes, inwieweit Habeck sich da als kompetent, inkompetent gezeigt hat, auf was er eventuell nicht gehört hat. Ich finde ja, Robert Habeck hat noch ganz andere Sachen gemacht, die man viel mehr kritisieren sollte. Genau, das sehe ich auch so. Racking Terminals, seine, also dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland, der von Habeck immer unterstützt wurde. Wie gesagt, 20 Prozent unserer energieintensiven Industrie sind weg, und da tragen Habeck und Lindner als die zuständigen Minister die Verantwortung für. Auf jeden Fall. Also Lindner für die Finanzen, der hätte das Geld bereit machen müssen, da hat er sich auch geweigert. Habeck als Wirtschaftsminister, der hätte die Programme auflegen müssen, da hat er sich auch geweigert. Da kann man jetzt nicht sagen. Der Lindner ist ja generell so, da sparen, sparen hier da, und wir haben Krise und ach, das sieht doch nicht aus, denken, was ja. Genau, wenn wir jetzt sparen, dann können wir 2028 oder so, hat er dann gesagt, können wir dann 10 Milliarden mehr ausgeben. Ja, dann ist unsere Wirtschaft ordentlich geschrumpft, dann werden wir sowieso Schuld machen müssen. Ich wollte gerade sagen, dann ist es wirklich auch so mit so Modellrechnungen, die völliger Quatsch sind. Also da reduziert man einfach die guten Wachstumszahlen, die man vielleicht in früheren Jahrzehnten mal hatte, einfach in die Zukunft fort und sagt, die werden wir wieder erreichen. Nee, wenn man spart, wird man die nicht erreichen, dann wird die Wirtschaft schrumpfen. Wenn alle weniger Geld ausgeben wollen, dann schrumpft die Wirtschaft. Relativ einfacher Zusammenhang. Naja. Oh Gott, die letzten Minuten, wie gesagt, da reagieren wir jetzt noch auf so eine zufällige Stelle. Vielleicht wird es was Sinnvolles, vielleicht brechen wir auch gleich ab und ... Ich merke, ich merke, du hast keine Geduld mehr für die Leute. Naja, was heißt keine Geduld? Es ist gleich Talk mit Jay Riddle und ich wollte letztendlich ja noch was Sinnvolles hier sehen. Lämmer, wovor wir stehen. Linke, die halt wirklich Linke sind und keine Konserven wie Sarah Wagenknecht adressieren das Problem damit, dass sie sagen, das kapitalistische System muss weg. Wir müssen einen anderen Begriff von Wohlstand entwickeln. Wir müssen einen anderen Begriff von Umverteilung entwickeln. Wir brauchen einen anderen Begriff von wie wir wirtschaften. Das kapitalistische System muss weg, nur so können wir die Energiewende stemmen. Neoliberale, konservative wie Sarah Wagenknecht, die sich dann hinsetzen und sagen, ja, also wir brauchen aber ... Warum ist Wagenknecht neoliberal? Kein einziges Argument wie von Dara. Einfach diese Beschimpfung neoliberal. Also ja, ich weiß, die Walkies verwenden den Begriff neoliberal, genauso willkürlich wie den Begriff rechtsradikal, antisemit, reichsbürger, rechtspopulist, verschwörungstheoretiker. Das ist für die nur ein weiterer Diffamierungsbegriff, den man auf jeden anwenden kann, den man nicht mag. Aber wenn ich von neoliberalismus rede, da meine ich damit eine spezifische Ideologie. Ja, das stimmt. Aber er hat jetzt, also das, was er sagt, ist ja jetzt nicht so unbedingt abwegig von dem, was einige Ökonomen auch sagen. Dass das System, wie es jetzt so ist, nicht weiter funktionieren kann, wenn wir das mit dem Klimawandel noch in den Griff bekommen können. Also ich zitiere jetzt nur, was er zum Beispiel so ein Thomas Piketty oder so auch in seinem Vorwort geschrieben hat, glaube ich, in dem einen Buch. Und ja, aber das ist halt immer so leicht gesagt, das kapitalistische System muss weg. Und ja, was dann? Ist dann die Frage. Ich glaube, da hat er keine Vorstellung. Also das hat er jetzt auch gerade nur sich zusammengereimt, so linke Talking Points, die gut klingen, um sie dann gegen Sarah Wagenknecht zu verwenden, die dann neoliberal ist, ohne genau zu erklären, warum sie neoliberal sein soll. Könnte er auch nicht, weil Wagenknecht das schlicht und ergreifend nicht ist. Ja. Reaktoren und Kohle ist jetzt auch nicht per se schlecht und so. Wir müssen aber auch gucken, dass der Status Quo erhalten bleibt und so und so weiter und so fort. Aber was mich mal interessieren würde, wenn er Sarah Wagenknecht als neoliberal bezeichnet, was ist denn die aktuelle Regierung? Was sind denn die Grünen aktuell? Was machen die denn für Politik? Ist es nicht noch viel neoliberal als das, was Wagenknecht fordert zum Beispiel? Aber die Grünen sind das kleinste Übel. Ja, mag ja sein, aber neoliberal sind sie trotzdem. Also, wenn man das vergleichen würde mit einer Politik, die Sarah Wagenknecht anstrebt und einer Politik, wie jetzt gemacht wird, natürlich auch in Verbindung mit der FDP, die ist ja nun mal auch dabei. Ja, sorry. Wer ist da wohl ein Neoliberaler drauf? Ich hatte ja damals einen Talk mit Dara und da habe ich gesagt, Baerbock ist eine neoliberale Kriegstreiberin. Ich weiß nicht, was er darauf geantwortet hat. Schaut euch einfach meinen Talk mit Dara nochmal an, da werdet ihr dann Antworten finden, da wird er sich irgendwie drum herum geschwurbelt haben. Naja, das hat er im Talk nicht gesagt, das hat er dann hinterher über mich behauptet. Hinterher, dann hat er die große Klappe gehabt, ja, ja. Ja, ich habe ihm auch einen neuen Talk angeboten. Er hat nicht reagiert und hat mich beleidigt. Also sieht man auch, wie Diskurs offen diese Bubble hier ist. Ah, aber du wirst übergangen, aber so mit einem Boris von Morgenstern, der weit rechter steht als du oder zumindest ein Stück weit rechter als du, mit dem wird dann geredet von Dara. Das ist interessant. Ja, und selbst da ist er unter... Also beim Wirtschaftlichen, da hat er ein paar Punkte gehabt, aber da wollte er 2000... Da wollte er erklären, warum das 2020 von Donald Trump ein ganz böser Putsch in den USA war und dann Boris von Morgenstern, das in der Ukraine 2014, das war ein Putsch und dann Dara, nee, das war eine demokratische Bewegung und du versinkst ja vor Scham irgendwo und Boris von Morgenstern dann eher, wer waren die Schaffschützen Dara? Er hat Dara natürlich irgendwie rumgeschwurbelt und dann das Thema gewechselt, aber... Ja. Ja. Das ist er. Also diese Leute haben auch keine Argumente, die gehen gegen jeden unter, egal mit wem sie diskutieren. Also auch als Snyder mit mir geredet hat, da hat er ja komplette Diskursverweigerung betrieben und gesagt, nee, zu dem Thema sage ich nichts, zu dem Thema sage ich nichts. Aber ich habe hier so zig Zitate, die dich als Rechtspopulisten entlarven, die lese ich jetzt mal alle vor. Also so gehen diese Leute ja auch in Talks. Und nachdem die jetzt so übel gegen das BSB-Ger-Heads haben, hatte ich ihm diesbezüglich auch einen Talk angeboten, aber wollten die irgendwie nicht. Das ist ja auch das, was gefordert wird. Du sollst ja, also es wird ja quasi vom Mainstream gefordert, auch diese ganzen Quatschköpfe da, die da immer sagen, ja, wir müssen die Rechtspopulisten entlarven. Komischerweise tun die es aber dann eher lieber bei anderen Linken wie bei der Prototypia, wie bei dir, anstatt dann wirklich mal sich mit den Rechten zu beschäftigen. Oder wie bei einer Sarah Wagenknecht. Ja, oder bei ihr, genau. So, aber die wirklich Rechten, die ja wirklich deutlich weiter rechts stehen und Neoliberaler vor allen Dingen auch, ja, die werden nicht kritisiert, komischerweise. Nee, selbstverständlich nicht. Also in dem Sinne, daran halt dann, wenn ihr einen Talk haben wollt, ich bin bereit. Ich bin jederzeit bereit. Gerne über das BSB, da habt ihr ja wirklich so üble Lügen drüber verbreitet. Wir haben es heute uns mal wieder angesehen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da eine Antwort kommen wird, aber auch das Stream aus der Walkbubble. Wir können gerne mal über das WSW diskutieren. Also die Rechten, die waren bereit mit Schlumme und Kasparten während der Talk. Genau. Und wie das groß offen ihr seid. Ja.